Ja, das hätte früher müssen, dass man das Spiel hier so ein bisschen wegtasern kann. Naja, man lernt ja immer dazu. Zerplatzen lassen, jawohl. So, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute ungefähr. Oh, 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 oh. Äh, nee, das fliegt ins Wasser. So, wo geht's denn jetzt hin? Ach, Zeitlimit. Wow. Nice. Wie hab ich das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht mehr, liebe Leute. Irgendwas hab ich gedrückt. So, linke Maustaste einfach. Ach, das sind doch so viele Möglichkeiten, wie es einfacher hätte gehen können. Ach ja, man lernt nie aus. So, wen bin ich da oben? Ach, außer Reichweite. Ah, schön zerplatzt. Oh, oh, fast runtergeschmiert. Äh, hallo, hallo, hallo. Ah, da geht's nochmal hoch. So, was erwartet uns denn hier jetzt? Ach, das ist die Kia hier. Kannst du einfach draufhalten? Bis das hier mein Mädel noch abknallt. Was, was hat er eben gesagt? Keine Ahnung, ey. Ähm. Use the grenades. Ja, du bist gut. Äh, für was denn? Ach so, die sammle ich ein. Und was kann ich da machen? So, da liegt auch noch eine. Ja, und da jetzt hab ich's alle. Und weiter. Äh, Granaten, ja du bist gut. Wie kannst du hier... Alter, bist du sch... Oh, Mann, Mann, Mann. Au, ach du. Da haben wir die... Granaten, Granaten, Granaten. Du bist gut, ey. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Ich zieh da die altbrotige Methode. Ja, Spannung, Spannung. Die Spannung steigt. Schieß ich der Blöden. Schnalle doch da mal an den Schädel. As Mayor, I order you to win this fight. Naja, jetzt sehen wir da. Kein... Oh, Doris. Langer, 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 langer. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah. Leute, Leute, Leute. Spannung. Ja. Wir haben's auch ohne Granaten irgendwie geschafft. Ho, 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 ho. So. Was geht denn umjaggen? Was geht denn umjaggen? Let's go. Hold it right there. Unless the next thing out of your holies, thank you, we got a serious fucking problem. They have a point, Commander. Like it or not, the saints are heroes. Jawoll. Are you shitting me, lady? You declared martial law and knocked down half of the city. The saints just saved a treasured monument. Who the fuck do you think the public side went? Yes, I can answer any questions. Jimmy over there. Ja. So kann sich das Blatt wenden. We can get you the key to the goddamn city, but as soon as you screw up, we'll be back. And next time, Stag is gonna put you down. Ah, I love you too, Soros. Ja, guck dir, wir sind nur mal aus der Wäsche hier. Go back to bangin' in the still water? Not yet. So, ich hab das Gefühl, das ist das Ende, liebe Leute. Ha, 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 auf dem Mars. Oh, shit, da. When we started tracking down this son of a bitch, we said we'd follow him to the ends of the earth. And we did. Ha, 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 ha. Kilbane is readying his army for an all-out attack. We will stop him here. Our planet needs us. Let's not let her down. Hoorah! 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 Ach, du Scheiße. Ah, mit wem haben wir denn da gerade gesprochen? Ich würde gerne wissen, wen ich liebe. Viola, Kinsey, ah, keine Ahnung. Hohoho, Lava ist nicht gut. Aus, da, aus, der Lava. Gedreht der Scheiß, ey. Also, geht's auch noch ein bisschen weiter hier mit Saints Row the Third, liebe Leute. Wunderbar. Und vor allem mal, geiles Setting. Oh, ich hab nur so eine... Oh, der gehört zu mir, Scheiße. Ich hab nur so eine Space-Kanone. Wer ist denn jetzt bei mir, wenn ich... Er ist nicht bei mir. So, das heißt, wir retteln hier nochmal mit Kilbane ab, oder wie? Du gehst auch nicht zu mir, Kollege? Ich treffe doch irgendwie nicht. Doch. Ach ja. Saints from Outer Space. Ja, ja, ja. Also, ich sag mal, das Spiel, das hat sich wirklich gelohnt. Und lohnt sich immer noch. Also, so viel abgedrehte Scheiße in einem Spiel, hab ich noch nie gesehen, ey. Crazy. So, Torne um eins ist down. Ist ja wie so eine Mittelalter-Schlacht hier mit den Toren. Quasi Zugbrücken-Style. So, da steht schon mal ein Mars-Mobil von uns. Ein schöner Niedernis. Laufen wir einfach nochmal in die Schussbahn. Kriegt einen Headshot ab, du. Schießt wir hier, äh... Das Aquarium vorm Kopf. Aber die Klaas-Kugel da... So, wo geht's denn jetzt hin? Wiederbeleben! Ach du Scheiße. Wer war das denn hier? Oh, der hat's nicht geschafft. Nein! Rache! Ich bin zu alt für den Scheiß. So, rein da! Ins Saints-Mars-Mobil. Saints-Raider. Du-du-du-du-du-du-du. Wir fahren hier rum. Da-du-du-di-de-da. Gibt's dann noch einen Schalter zum Umwegen. Äh, dann fahren wir einfach weiter. Dann, dann... Lassen wir uns hier mal nicht aufhalten. Nein! Retour! Gut, dann raus hier und... Schießen! Ja, wo ist denn der Begleiter, Digga? So, der ist auf jeden Fall... ...nicht auf meiner Seite. Bist du nicht mal ein kleiner, süßer Begleiter? Schlucki! Oh, da steht auch noch einer. Guck mal! Wie viel kommen denn da von euch? Innern des Gesocks! Gesindel! Hallo, Begleiter! Wo hängt denn der? Der hängt irgendwo fest. Wo ist denn der? Ach, hier! Nein! Buck! Leck mich am Arsch! Jetzt kann ich hier wegen Buck nicht weitermachen, oder wie? Das wäre ja äußerst... ...äußerst dürftig. Ach, jetzt kommt er da hinten raus. Auf jeden Fall wird das funktionieren. So, da sind noch drei Heinis drin. Sollen wir die noch irgendwie... ...kaputt schießen? Oh ja. Erinnert mich so ein bisschen an Mr. Freeze hier, das Outfit. Das ist gut, wir sind ja bald, wenn es so weitergeht. Oh! Irgendwann reisen wir noch in ein schwarzes Loch und kommen... Ja, wo kommen wir dann raus? Keine Ahnung. In der Sam-Planeten, oder was? So, steht da auch einer drin? Jawohl. Ja! Das ist ja quasi hier Mars-Effekt mit den Saints. Ach, du Scheiße. So, da unten ist der nächste Schalter. Um das Kraftfeld zu deaktivieren. Drücke R, um Waffe abzukühlen. Ach, muss ich schnell drücken. Alles klar. Gut zu wissen. Mein Zeigefinger ist wieder gut belastet hier. Und, tadaa. Und, aber immer. Schalter Nummer 2. Kriptiert uns jetzt noch einer von unseren Begleitern. Das war äußerst dünn. Ich hoffe mal nicht. Kraftfeld. Jawohl. Nein! Boah, langsam wird's dünn, ey. Ich sag mal, wenn ne Piercy zu krippieren würde, ist ja relativ lange, ey, weil... Wie gesagt, da taucht dir überhaupt nichts hier. Eierschüsse! Oh, ich frage noch 5 Eierschüsse, dann hab ich alle. Oh, ja, 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 ja. So, do, 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 do. Jaka, die Eierschüsse wär nice. Aber ich glaub, das krieg ich nicht mehr so hin hier. Da ist mein Aiming doch etwas zu bescheiden, würd ich sagen. Lala, oh, die Spacey Music hier. Auch creepy. So, die sind alle auf meiner Seite. Sind auch ein paar böse Jungs. Wenn die stehen, was ich treffen würde hier. Knie Schuss! Wo muss ich denn hier hoch? Hallo, hallo, hallo? Geht's hier hinten lang? Nö. Keine Ahnung. Uah! Ach, da hinten geht's hoch. Gut, 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 gut. Einen Begleiter hab ich noch. Scheiße. Sind alle krippiert hier auf dem Mars. So, die springen auch noch, jawohl. Und ab zum dritten Schalter. Die letzte Barriere da. Öffnen. Und jetzt krippiert mir der letzte Begleiter auch noch. Wart ab. Ich seh's kommen. Ja. So ein Sheet. Den werde ich wohl auch nicht mehr retten können, hier. Und alle drei Begleiter verloren. Okay, weiter zum Schiff. Zum Schiff von den Schiffern hier. Abgespaced. Crazy shitness hier. Was geht hier? Ach, das ist das Schiff hier, oder wie? Okay, okay, okay. Ja, du musst... Beweg deinen Arsch mal hier ein bisschen. Also keine drei Minuten, um hier so eine kleine Sprengladung zu platzieren. Oh! Da ist wieder ein von mir abgeknallt. Scheiße. Habe ich auf die Entfernung jetzt nicht so gesehen. Aber ihr habt nicht mehr alle Lacken hier am Zaun, oder? Flüchten sie auf den Mars. Wow! Homie, das war nix. Ich verstecke mich mal ein bisschen. Ein bisschen Energie hier aufladen. Geht das, geht das? Oh, geht, geht, geht. Eierschuss, komm! Ne. Schade. Ich bräuchte noch einen Eierschuss hier. Hallo, wer schießt denn da? Ach, da oben! Bumm! Weg ist er. So, Sprengladung 2 auch platziert. Wo geht's nun hin? Ah, das war's. Oder wie? Oder wat? Oh. Ne, das war ja gar nicht das Schiff. Scheiße. War eben so ein Schutzwall. Das ist das Schiff, oder wie? Ach, keine Ahnung. Scheiße, ich hab schon wiederfach... Ähm, wem ich da gerade denn funiert hab. Was war denn das jetzt hier für ein Briller? Ist einer am Abschmatzen, oder was? Ich will Rache für meine Begleiter, die hier draufgegangen sind. Ich will Rache für meine Begleiter, die hier draufgegangen sind. Ich will Rache für meine Begleiter, die hier draufgegangen sind. Ich bin dein Vater. Nein! Wow! Raust da! Ja, die Lavakristalle. Also quasi das, was hier oben hängt, oder was? Aua! Aua! Aua, 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 Aua. Lavakristalle, ja. Was sind das die Dinger hier? Oh ja, das sind sie. Oh. Ja, Lavakristalle, jetzt ist die Frage. Ach so, die hängen hier überall. Nein, Sackgasse Hohoho, der wirft, der wirft ja Mit den Scheißdingern hier um sich Ähm, ja, wie machen wir das am besten? Hohoho, ja, ja, wirf du mal Ja, das bringt irgendwie gar nichts hier Oder? Das bringt aber was Das bringt auch was Das bringt auch was Lauf Ach, der ist down Wow, hätte ich doch fast verrafft, ey Bam So Runter mit der Hui Rennen Spring Ein Lauf, 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 lauf Kleiner junge Lauf So, hier oben hängt noch so ein Mars-Brockengesocks-Ding Krieg mal das hier abgeschossen Jawohl Oh, dachte ich eigentlich Bei dem ist wohl nicht so, ey Putt, 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 putt Ne, das war nix Das war auch nix Digga Was hält dich denn auf? Meister aller Klassen So, da steht noch so ein Gelumpe Das hat was gebracht Keine Ahnung Das hat was gebracht Das war's nicht mehr Buiaka Das bringt was Oh Was reißen wir ihm jetzt ab? Er hat erstmal die Fresse getreten Und wieso hat er seine Maske wieder auf? Warum liegt da Stroh rum? Äh Ich meine Lava-Kristalle So Komm Putt, 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 putt Ne, ne Ne, ne Die Erde gehört mir Du, lass mal gut sein Ah, geh schön dahin Jawohl So, ist recht Den kriegst du auch nimmer ab So So, der ist wieder down So, mal was In die Fresse jetzt Wie kann der eigentlich überleben hier ohne Ohne, ohne Hier sein Aquarium da auf den Kopf Und Boom Oh Alter Spießer hier Text vergessen Ja, war doch klar Ah, wie geil Gangsters in Space Action Ja Leute, das war's Eine lustige Reise durch Streamport Und den Mars Und was weiß ich Wo wir überall waren Völlig abgedreht Und ja Liebe Leute Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier Mit Saints Row The Third Und mit meiner Wenigkeit Ich hoffe, ihr könnt euch ein wenig unterhalten Und dann lasse ich euch mal Mit diesem Abspann allein Bis zum nächsten Mal Viel Spaß beim Zocken Haut rein Bis zum nächsten Mal